Juhu! So, ja, hi Leute. Hi. Wir gehen endlich mal wieder nach Langen weiter. Nach Langen, Langen. Ja, für uns noch Langen. Dave? Ja, Dave ist leider nicht dabei, weil beim Skifahren ist. Zum Glück die ganze Woche. Dave? Nein, und Dave hat sich darüber aufgeregt, dass ich... Alter, was machst du denn da? Was? Ich hab nur da ins Kuh reingeschaut. Gib mir den 1-4-5 Mann. Ich hab keinen Dier genommen. Doch. Da waren zwei Diers drinnen. Da war nur einer drinnen. Nein. Da war echt nur einer drinnen. Da war nur einer drinnen. Alter, ihr hässlichen Mist gestalten. Ich brauch's, äh... Alter, will ich noch keine paar Minuten auf und schon regt sich der mich hier auf. Ich brauch's. So, ich tu jetzt mal den hässlichen Wall da weg. Jetzt ist ja schon wieder Nacht. Welchen Wall? So. Ja, dieses Steinwall da, der sieht voll schwul aus. Nein, den lässt du. Gott. Ey, kann es sein, dass es grad schon wieder Nacht wird. Ja, es wird grad schon wieder Nacht. Alter, gehen wir pennen? Können wir. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Genau, die ganzen Aufnahmen, die wir vorhin schon gemacht haben, sind alle weg. Beim ersten Mal waren sie nicht da, und beim zweiten Mal war der Ton nicht dabei. Das heißt, es hat sich jetzt einiges verändert. Und das zeig ich dann nachher einfach mal kurz und dann war's das schon. Ähm... Weitere schlechte Nachricht ist, Dave, weil wir für... Ja, wir pennten da noch nicht. Ich? Nee, ich kenn. Aha, Golden Apple, Give to Michi. Ach, labert doch kein... Ähm... Weil wir finden ja unser... Neben unserer Eingliefen-Let's-Play-Welt noch so eine... äh... Survival-Welt. Da spielen halt noch andere Leute mit von unserem Server. Ähm... Und da hat Dave gesagt, weil wir haben uns aufgeregt, dass da Jonah, also der Stereo-DJ... Fragen oder nicht? Was laberst du für Kack da? Ja, keine Ahnung. Äh, na egal. Äh, Schwenke, ich helfe dir da mal beim abbauen, ja? Ja, danke. Genau, also... Du machst grad die ganze mit Steinspitzhacken. Michis richtig schönes Haus mit seinen Tierenheimen. Und ich hab'n LAN-Kabel, juhu! Und ja, hier... Haben letztes Mal der Schwenke und ich den ganzen Dreck weggebaut. Und das ist halt nur noch Stein zu sehen. Das ist auch so ein Haus. Gib dir mal die ganzen Kies nicht hier. Alter, gib dir mal, wie schnell ich da grad bin. Ja, und wie machst du das mit deiner Glücksspitzhacke? Äh, das ist ne Afficiency 5. Und Afficiency 4, Haltbarkeit 3 und Glück 3. Wieso machst du das mit... Wieso baust du das ganze Zeug damit der Spitzhacke ab? Wenn du ein bisschen schneller gehst, damit du es so nicht ansehlich dran bist. Also wenn ihr wissen wollt, warum die beiden das machen, der Schwenke will seine Aussicht verschönern. Also ein Panoramafenster da. Ja, so ein hässlicher Bergklotz, da will keiner sehen. Also Schwenke im Haus ist ein Creeper. Alter... Der Creeper hat auch nen Namen, der Michi. Ich hab da in Laube doch kein... Äh... Hier. Ach du, da ist ne Höhle. Mit Eisen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Ja, ich weiß, was ich hier das ganze Zeug wegfauen wollte. Alter, verzauberter Bogen! Alter! Ganz ruhig Michi. Du! Tot! Nein! Nein! Alter! Wenn du das alles draufgegangen wärst, wär ich gleich eingeschrungen, und hätt die Sachen geklaut. Ist dir aber wieder gegeben. Tja, ich bräuchte meinen... Nein, die Kohle hab ich noch. Kommen wir jetzt mal wieder rauf. Alter! Was wenn einer Kies braucht, der muss es mir nur sagen. Ja, ich brauch keinen Intern. Alter! Kann es sein, dass ich hier überall armselig dran bin? Ich hab... What the fuck... Ich merke grad... Hat er jemand Pilze? Ich denke, hast du Pilze? Ja, eine. Na, na... Ich weiß gar nicht mehr. Und 14... Das ist schon wieder so lang, dass wir aufgenommen haben. Ich hab hier... Gifftpilze... Flogen wir mal die Gifftpilze... Ich kann da mal rein... Also ich kann der auch gleich so ein... Ding spinnen angegeben... Ja, ich würde... Warte geht es? Ein Schwindauge, dass ich dann 83 tränke, hab ich unten reingeballert? Ja, so es geht. Okay, ja, dann komm ich ein fermentierte Spinnauge. Wo bist du? Ich komm grad zu deinem Haus. Ich? Oh, was spielen wir hier eigentlich? Fart. Hier. Ich hab nen Bogen noch nicht immer verzogen. Ich mein auch nicht. Ich hab nen Stackpfeil. Ich müsste aber erst mal meine Rüstung wieder... Präparieren. Äh... Ich auch. Sonst hab's gut. Pfeile hab ich fast keine. So eine... Vielleicht hab ich irgendeine Truhe noch ein paar Pfeile zu nehmen. Ich weiß... Eine Pfeile was? Ich kann dir ein paar geben. Aber nur ein paar. Ah, ich hab noch Gold. Ich hab keine Ahnung, ob ich... Ob ich noch ein paar Pfeile hab, weil ich... Schon zu lang her wieder. Äh... Andere, was ich Pfeile? Ach, tsch... Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte meine Farben verlegen. Eigentlich wollte ich so ein Schminkgeld machen, aber... Also ich weiß echt nicht mehr, was ich machen wollte. Also ich weiß echt nicht mehr, was ich machen wollte. Also immer Kakaobuchen braucht, der sagt mir Gott. Mh... Ja, ich kann welche gebrauchen. Ja, wie viel? Wohlwatte. Wohlwatte. Ich weiß mal, ob ich nur irgendwo welche hab. Ja, ich hab noch... Ich hab nur 10 Tropenholz. Ich hab noch genügend. Äh... Hilfe muss sogar... Alter, zwei Stacks Keks. Stacks Keks. Stacks Keks. So, mach zum Schaden in deiner... Hey, da unten hab ich ja... Hab ich nicht bei dir noch ne Farm? Ohne oder? Ist das meine. Die hab ich doch mal angebracht. Nein. Natürlich ist das meine. Ist das auch meine? Ja, auch deine. Aber hauptsächlich meine. Ach, Fluch. Ah, das regt mich schon wieder auf. Ah, du hast ihn schafft. Das färb ich jetzt. Geld. Nein, ich hab meins schon gefärbt. Da hab ich eben das andere. Weh, du färbst das. Ich will mein auch. Was passiert, wenn das macht? Und töd ich ihn. Hm? Alter. Da waren Schaf neben dein Gehege. Ja, das kannst du dich färben. Uh. Hello. Toll, das hast du das ganze weggenommen, Mann. Ja, hier. Wie viel brauchst denn du? Oh, siehs. Ja, siehs. Das ist auch effektiv. Jetzt kannst du genügend haben. Alter. So viel? Ja, zehn Stück. Danke. So, welche Schaf hast du denn jetzt gemeint? Ach, da unten. Kaum her. Du, 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 du. Du... Du... Jawohl. Jetzt hab ich noch. Verdammt. Jetzt hab ich noch ein gelbes Schaf. Ba- Alter, haben wir überhaupt hier eine Mine? Ja. Keine Ahnung. Da ist gar nichts mehr. Werde ich auch nicht. man haben jetzt erst mal aufgenommen gehabt vor ja vom gedächtnis her schon ja meine unsichtbarkeit wie kann man die haltbarkeit verlängern mit redstone glaube ich oder das verstärkt nein wir sind verlängert und klar und das verstärkt also mit redstone verlängert also wenn er meine drei minuten ist und jetzt dann macht dann ist er acht minuten genau also wir alle gegen denn das ist nett aber noch ausgemacht oder mehr oder weniger jahr was weiß ich nicht jetzt weiß ich auch wieder was ich machen wollte ich brauch holz ich weiß nur dass ich gerade noch über viel zeug abbauen muss zum glück sind morgen ferien sind schon ferien nicht erst morgen ja ja so zu sagen eigentlich wo wollen mein feltern lol ich bin doch so dumm hast du schon wieder gemacht fliegt mir äxte machen noch spitz hatten mir geht es wenn dann umgekehrt ich weiß es mich nicht aus was macht ihr euer werkzeug erwerbte ich habe meine karte aus stein gemacht weil ich so über viel ein abbauen muss und ich habe halt momentan nicht so viel eisen kann so ein kalt bewässert vier oder so ungefähr sie für sachen nachher hat mein haus wollte ich auch noch nach oben erhöhen ich wollte erst mal eine schöne aussicht vor mein haus bekommen und dann noch ein dach ich baue dann bräume hin so viel muss ich da dann abgauen ich gehe ich möchte ich gerne mal ein feltern bauen jetzt ist schon wieder das wird schon wieder macht eigentlich ist nicht ins bett wir werden helfen schon warte ich wäre doch schade wenn alles verkommt ja kann man so nicht lassen kann auch die markabel stone und noch chance ja wenn ich schlecht dann wäre nicht nett ja wenn ich nicht böse booby geschichte was mir erzählt haben mit mir und an und jonathan ja auch die geschichte von leonan und jonathan was hier was der jonathan gemacht hat ja ein sport ich habe mir schon gerne tüte ich möchte es nicht wissen ich habe ich ja auch nicht so direkt nur so teilweise dass du dich daran erinnerst ich hätte auch so gewusst was gemeint ist jetzt sag ich jetzt ja was kommt denn da und gern sind ja was weiß ich schon wieder der allgemeine schweiß sonntag kommt auch schon öfter was oh ja den muss ich sie man wird die folge hochgeladen werden scheine ich in den sommer hier keine ahnung also die folge hier nehmen wir am 10 zu 10 2 2013 um 16 uhr 20 ja 26 das sind wir kommen ich auch nicht ja jetzt werden wir mal schlafen ich bin am arsch der welt klo mag ja nicht schlafen ich hole mir gerade holz ich brauche nämlich BTS und meine kam für zwei creeper ohja ohja put 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 ja ist klar fünf creep auf einmal ist doch klar ja genau wie viele jungen zu sehen alter ja genau wie viele jungen zu sehen ist doch gar nicht was für ein fail alter nur weil da ein schwimmender Berg ist ich muss meine einkaufs gleich kurz noch mal patchen wir haben die zombies kein gesicht ja mach mal ja mach mal weshalb auch immer boll aha da hab ich wieder ein creeper analysieren ganz ich